Jo Leute, was geht ab? Angenommen, startet mit einem neuen Diablo 4 Video. Die vampirischen Mächte sind unfassbar stark in Season 2 und es gibt hier sehr beliebte, unter anderem Metamorphose und Gefrästig. Diese funktionieren aber tatsächlich gar nicht so, wie wir alle dachten. Und hier gibt es tatsächlich ein paar Tricks und ein paar Kniffe, ob es jetzt Bugs sind oder nicht, wissen wir nicht, die wir beachten müssen. Ich habe hier einen coolen Reddit-Post von einem User gefunden, Puccaccino, Props gehen an dich raus, der mal alles aufgelistet hat, was dann verkehrt läuft. Ich habe mir das Ganze mal angeguckt, wir gehen gleich rein ins Dieter. Ich zeige euch das Ganze gleich, kurz zusammengefasst. Bei Jagen der Schwachen habe ich ja schon mal ein Video dazu gemacht, das ist ein Additiver-Bonus. Dann bei Gefrästig, da wird tatsächlich der Angriffsgeschwindigkeit genommen, den man zu dem Zeitpunkt von diesem Buff hatte und der wird auch nicht wieder neu genommen, wenn man den Buff Refresh schon hat, man muss erst warten, bis es ausläuft. Und Metamorphose, und das ist tatsächlich das Interessanteste, wenn man Metamorphose benutzt, dann bekommt man zum Beispiel minus 100% Movement Speed und zum Beispiel hat man 100% Lucky Hit Chance, weil das quasi als Angriff gewertet wird. Ich zeige das euch gleich und außerdem noch Vorahnungen, wo ihr ultimativen Schaden dazu bekommt, zählt tatsächlich auf Rang 3 nur für drei neue Gegner. Das heißt, egal wie viel ihr habt, funktioniert nicht so ganz. So, jetzt möchte ich das Ganze euch aber mal zeigen und zwar als erstes Beispiel nehmen wir uns hier Metamorphose. Jeder kennt es, wenn wir hier erwähnen, sind wir schneller und aufhaltsam. Und außerdem kann das zum Beispiel Gefräßig, Brocken und andere Sachen, da wir, wie ich gerade gesagt habe, 100% Glücksreffer Chance haben, haben wir eine ziemlich hohe Chance, dass wir zum Beispiel Gefräßig, Brocken und andere Effekte. Jetzt zeige ich euch das Ganze und so, jetzt bin ich in meiner Bewegungsgeschwindigkeit rein und wir werden jetzt gleich sehen, sobald ich evade, seht ihr, ist für einen kurzen Moment auf minus 100% gegangen. Also quasi euer normaler Movement Speed wird auf Null gesetzt und ihr bekommt dann nur so viel Bewegungsgeschwindigkeit, wie ihr einen Boni dazu habt. Das heißt, wenn ihr 50% habt, bekommt ihr 55% dazu. Wieso kann das jetzt zu einem riesen Problem sein? Wie ich gerade erwähnt habe, hat Metamorphose quasi eine 100% Glücksreffer Chance. Und was geschieht dann, wenn es mit Gefräßig Brocken? Ganz einfach, wir haben 40% weniger Angriffsgeschwindigkeit. Das Ganze kann ich euch jetzt mal zeigen und zwar, dass ich mich durch und ihr seht, Gefräßig wird direkt gebrocken. Und wir haben hier nur 81% Angriffsgeschwindigkeit, also insgesamt nur 10%, was er allein schon bei 100% Movement Speed anders wäre. Jetzt zeige ich es euch kurz, wie Gefräßig sich verhält, wenn wir es normal wieder drauflegen. Und ihr seht hier, ich habe hier 100%. Und jetzt genauso, wenn ich hier den Buff wieder neu mache, also ihr seht, ich mache den quasi mit meinem unaufhaltsamen wieder neu und mit meiner Metamorphose und es bleibt weiter bei 100%. Das heißt, Gefräßig nimmt immer dann ein Snapshot, wenn ihr den Buff auf den Gegner das erste Mal appliziert, beziehungsweise ihr den Buff selber bekommt und behält dann immer diesen Angriffsgeschwindigkeitsbonus bei, solange ihr diesen Buff immer wieder refreshed und nicht auslaufen lasst. Das heißt, hier ist eine sehr nice Methode, dass ihr zum Beispiel viel Bewegungsgeschwindigkeit am Anfang nehmt, einmal den Proc drauf bekommt und dann schaut, dass ihr den nie wieder auslaufen lasst, selbst wenn ihr Metamorphose nehmt. Genauso wichtig ist, dass wenn ihr das mit Metamorphose auf euch selber appliziert, dann guckt, dass ihr diesen Buff auslaufen lasst oder guckt, dass bevor ihr Gefräße kriegt, ihr kein Metamorphose benutzt und erst erwartet, bis ihr den Buff euch selber gesichert hat. Und mit Metamorphose, ihr habt das gesehen, ich das einmal durch und dann habe ich so gut wie immer ein Glücksraffer hin, was gerade im Zusammenhang mit Andarals Antlitz mega nice ist. Zu zusätzlich noch, für Zauberin, da kenne ich mich tatsächlich nicht so aus, ich habe es ja nur gelesen, dass zum Beispiel Metamorphose nicht in Verbindung mit dem Okulostab geht, denn euer Teleport oder euer Dash wird quasi ersetzt mit der Metamorphose, da müsst ihr auch auf jeden Fall drauf achten. Das heißt, wichtiger Tipp für euch, wenn ihr gerade im Schlachthaus von Zier spielt, wartet mit Metamorphose, bis ihr es erstmal gefrästet habt und sobald ihr es habt, guckt, dass ihr immer diesen Proc habt und haltet aus dem euer Metamorphose auf cool dann, wenn ihr viele Glücksraffer-Chance-Effekte habt. Ich hoffe, ich konnte euch heute mit diesem kleinen Video ein paar weitere Tipps in Verbindung mit den Vampirmächten zeigen und dass das nicht ganz so funktioniert, wie wir alle dachten. Sehr komisch, ich denke auch nicht, dass es noch gefixt wird. Schreibt außerdem in die Kommentare, wenn euch weitere Bugs oder komische Mechaniken der Vampirmächte bekannt sind oder euch aufgefallen sind. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ganz gerne einen Daumen nach oben da und ein Abo würde mich riesig freuen und wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Tschüss!